Die Alternative zu Fondue und Raclette zum Chasselat ist natürlich unser grünen Veltliner von Moska-Hager. 2023 war ein tolles Jahr im Kamptal und der Wein verbindet frische Intensität, Mineralität. Wir haben gerade kürzlich bei ihm wieder alle Angänge von seinem Terramobile probiert und die Wein halten einfach auch unglaublich gut. Selbst der normale Oskar-Hager kann Problemlos 10-15 Jahre alt werden, was selten passiert, weil man den Wein sehr gerne vorher trinkt.